Was? Gomm ist neben mir. Oh mein Gott, wir haben Gomm OP-webbt. Nein, never. Da brauch ich mal einen Heatswölle gehauen, der ist noch. Mhm. Oh, ich hab's schon. Bitte, oh mein Gott. Und das? Oh, nein, nein. So, wir haben jetzt Basti mit am Start. Für dieses Video musste ich alles in Skyros machen, was YouTube mir sagt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert jetzt diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Es haben über 70% nicht diesen Kanal abonniert, deswegen gönnt. Übrigens, viele wissen es gar nicht, ich streame jeden Tag live auf Twitch. Einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Und wenn ihr im nächsten Video dabei sein wollt, dann schreibt jetzt in die Kommentare, was ich in Skyros machen soll. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. 1v1 gegen Knicky im Waterfight. Okay, du willst also jetzt mich ziehen, oder wie? Okay, erste Runde heute MC. Digger. Hab ich nicht, warum ich hab 600 Stunden oder so Waterfight gespielt. Oh, schade. Gigi? Ah, hm, ja. Bau ein Verkaufsladen und verkaufe Enderperlen. Ich hab auch nur so diese Bricks hier. Möchtest du eine EP kaufen? Er kann jetzt nicht einfach nur... Okay, okay, ich mach's. Ein dir eine EP. Ey! Man kann Schilder nicht usen. Julian, möchtest du eine EP kaufen? Nein! Hallo? Ein dir. Ja, und noch eine? Hier, noch eine. Warte. Skywars im Doppel-F5. So, let's go, let's go. Was macht ihr mit mir? Bau ein Bootverkauf. Ich denke mal, das wird easy. So, zack. Äh, gigi, man kann kein Boot craften. Alles klar. Warte, bis nur noch zwei Spieler leben und springe dann in Lava, um den anderen den Sieg zu geben. Adios, amigo. Das war's. Gigi. Mache einen TNT-Boost und wenn du in der Luft bist, machst du den Kehl mit Eiern oder Schneebellen. Das ist geil. Jetzt mal hier was fertig. So. Zack. Zack. Bam. Bitte, oh mein Gott. Zählt das? Oh mein Gott. Oh, ja. Einen von dem muss ich doch schaffen. Jawohl. Ja. Nice. Okay, wir haben's geschafft. Sehr gut. War natürlich First Try. Bau Denny's Schniedel. Skywars, aber die Texturen von den Items sind vertauscht. Kriegen wir hin? Okay, vertauschte Texturen. Äh, what? Dann nehme ich mal Enderman. Okay, wir sind in der Runde. Äh, sieht sehr interessant aus hier die Map. Oh mein Gott. Tschüss, tschüss. Jawohl. Easy. Was? Äh, hä? Spiele ohne Angel und baue eine Pistenfalle. Oh ja. Hier im Haus. Redstone. Wir machen jetzt hier ganz normalen Holzblock dran. Ging das? Oh nein. Nein, nein. Oh mein Gott. Töte einen Gegner mit einer Glasflasche. Okay, Glasflaschenkill sollte easy, easy, easy sein. Als wäre das jetzt schwer, hä? Zack. Easy. Let's go. Bau eine Skybase. Das hier wird die beste Skywars Skybase ever. Wartet ab. Das wird insane. Zähl sind als bestanden. Ich glaube schon, das ist richtig heftig. Ich meine, wer schafft so eine krasse Base? Und jetzt? Baue den Eiffelturm nach. Er soll 100 Blöcke hoch und 50 Blöcke breit sein. Oha. Okay, Leute, wir bauen jetzt den Eiffelturm in Skywars. Das müsste ja eigentlich easy sein. Mach ich ja jede Runde. Wait, die Border startet in 60 Sekunden? Nein. Hä? Muss mich so beeilen. Nein. Die Border nimmt alles weg. Ich kann nicht mehr dahinter, oder? Nein, das war's. Alright, okay. Hier ist dein Eiffelturm. Aber sieht doch irgendwie ganz gut aus, oder? Ja, kann man durchgehen lassen, oder? Skywars mit Basti GHG. Kriegen wir hin? Easy. So, wir haben jetzt Basti mit am Start. Danke, dass es geklappt hat. Boah, ich krieg zu viel, ne? So, und im Enderman wie immer, ne? Mitte? Okay, okay. Oh, let's go, Basti. Komm. Was sind welche? Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott. Oh. Und? Jawoll. So easy. Endlich das Ding wegmachen. Äh. Oh. Gewinne eine Full Premium Runde. Okay, let's go. Palermo Full Premium. Klaus, gönn doch bitte jetzt. Skywars, aber der Monitor ist aus. Okay, das müsste ja eigentlich voll easy sein. Ich meine, mach ich ja jeden Tag. So, nur noch ausmachen. Und? So. Ausmachen. Du kaufst den Spieler, der dich tötet. Ein Monat Premium. Nur eine Runde sonst arm. Einer von euch kriegt jetzt Premium. Jo, willst du Premium? Wir sind hier im Shop. Und ein Monat Premium. B-Turner. Jetzt kaufen. Und er hat Premium. Ihr seht's hier bei Tab. GG. Ich bin broke wegen euch. Okay, vielleicht war das doch nicht so gut, ihn zu pranken. Erstens Skywars, aber du musst während der Runde einen ganzen Apfel essen. Zweitens Minecraft mit einem Cursed Texture Pack. So, Apfel haben wir. Let's go. Und Cursed Texture Pack. Minecraft sieht so aus jetzt gerade. Und jetzt sieht es so aus. Oh mein Gott. Was? Okay, mein Kopf schwindelt jetzt schon. Holy. Hä? Ciao. Boah. Mein Kopf. Ey, Leute, wirklich. Mein Kopf ist... Hä? Okay, alles klar. Wenn er wüsste, dass er gerade in Blöcken schwimmt. So, du bist dran. Boah, wirklich, ich sag euch, Leute. Probiert's nicht aus. Macht es nicht nach. So, komm hoch, komm hoch. Adios. Ciao. Und erster Kill mit diesem Pack. Easy. Easy. Let's go. Jawohl. Noch ein. Oh mein Gott, diese Runde. Oh mein Gott, Freunde. Diese Runde. Diese Runde. Stirb doch bitte. Nein. Genug davon. Du holst hier einen anderen YouTuber ran und bist sozusagen sein Bodyguard. Er darf keine Rüstung anhaben. Du machst das so lange, bis ihr gewinnt. Good luck. Weil es dich gewünscht wurde, machen wir das Ganze mit wichtiger. Du musst auf Gomme. Mhm. Ich bin... Ich bin O-Arm und du bist full Rüstung und... Yes. Du schwirrig kann das gar nicht sein. Ey, das ist so stupid. Ich glaub... Ich glaub aber, du darfst so Sachen wie bauen, darfst du machen. Nee, du bist mein Bodyguard. Du machst alles für mich, okay. Riko. Höh! Pfff! Haha. Brauche ich mal hier zuhörig runter jetzt noch. Mhm. Oh, Entschuldigung. Die... Der... Ne? Pfff! Pfff! Was? Haha! Nein! Das ist E-O, Übungsfreunde. Ab heute ist 1.16. Skybox draußen. Spiel den Modus gerne. Yeah. Das will ich sehen. Äh, Geist ist aber da. Gernみ, 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 Gernみ. Loll. Mache einen Sharp-5-Holzschwert. Einen Holzschwert haben wir schon mal. Sehr, sehr nice. Noch eins. Jawohl. So, Amboss. Zack. Sharp-3. Nochmal Schab 3. Schab 4. So, wir haben Schab 4, Freunde. Und wir müssen jetzt nur noch von ihm irgendwie Level schnoren. Let's go. Oh. Nein. Äh, Leugob, kannst du mir eine Frage beantworten? Geht Schab 5 in Skywars? Nee. Und dann habe ich es umsonst versucht, alles klar. So, Schab 3, Schab 3. Jetzt habe ich 2, Schab 4. Okay, es geht. Kill GOM HD in Skywars. Ja, easy, hä? Okay, dann gehen wir mal in Pines. Vielleicht ist er ja da. Oh mein Gott, GOM ist in der Runde. Alter, was ein Zufall. Was? GOM ist neben mir. Okay, hoffentlich stirbt er jetzt nicht davor. Wir müssen ihn töten. Das ist eine einmalige Chance, Leute. Das ist eine einmalige Chance. Oh mein Gott, GOM baut sich zu uns. Oh mein Gott, wir haben GOM OP webt. Nein. Never. Oh mein Gott. Ja, wir haben GOM, ja. Und damit würde ich sagen, Freunde, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass ein Like da und schreib einen Kommentar, was ich als nächstes in Skywars machen soll, um das nächste Mal dabei zu sein. Ansonsten, Freunde, erster Link in der Videobeschreibung ist mein Twitch-Kanal. Das fühle mich daily live. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Und ciao, ciao. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.